Heute gibt es Character Clash, heute gibt es Character Clash, heute gibt es Character Clash. Ich frag mich nur, mit wem? Ja, Leute, es ist mal wieder soweit, The Walking Dead Character Clash Turnier ist wieder da. Part 3, um genau zu sein. Und ja, auf dieses Turnier heute hab ich mich schon sehr gefreut, beziehungsweise ich weiß nicht so genau, das gefühlt wird's ein schnelles Turnier, glaub ich, also diese Runde definitiv, aber wir machen mal das Beste draus. Aber jetzt ohne euch weiter anzudünsten oder wie man das nennt, es geht heute um Carol Pelletier gegen Lydia. Tochter von Alpha, hat sie einen Nachnamen? Egal, Carol gegen Lydia, let's go. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu nem neuen Folgen von, äh... What the fuck, was war das für ein Sprachfehler schon wieder in der Anmod? Egal, let's go, wir gehen direkt rein ins Video, genau. Folge 3 von Character Clash, Carol gegen Lydia, ein interessantes Turnier, weil das halt ja auch zwei Charaktere sind, die mittlerweile mehr oder weniger für, vielleicht für eine funktionierende Mutter-Tochter-Beziehung stehen. Ich mein, Carol hat so viele Kinder verloren. Wirklich viele Kinder. Leck mir mal, hat die viele Kinder verloren. Und Lydia ist bis jetzt die Einzige, die überlebt hat, auch wenn sie jetzt, ne, nicht arm dran ist, sondern eher arm ab. Oh Gott, der war scheiße. Oh mein Gott, war der schlecht. Ja, und genau, es geht heute um Carol vs. Lydia. Ich muss sagen, Carol ist einer mit meiner Lieblingscharaktere. Ihre Charakterentwicklung war halt einfach fucking awesome. Aber darauf gehen wir in einem spezifischeren Punkt des Turniers auf jeden Fall mal ein. Für alle Kurzerwände, die dieses ganze System hier nicht kennen, äh... Ich habe Character Clash auf diesem Kanal gemacht. Und auf einmal kamen die Ideen in den Kommentaren, hey, macht doch mal ein Character Clash Turnier. Heißt, ich hab via Randomizer, kann man in Folge 1 sehen, die Charaktere rausgesucht, die in den Turnieren gegeneinander antreten und die clashen so lange, bis ein Gewinner rauskommt. Die Kategorien sind jedes Mal unterschiedlich. Es kann sein, dass es um den Charakter an sich geht. Wie sympathisch finde ich ihn? Was hat er für eine Charakterentwicklung? Wie viele Leute hat er getötet? Was war sein coolster Moment? Was war sein bester Moment? Der schlechteste Moment? Aber eins bleibt gleich und das jede Folge. Und zwar gibt es am Ende ein Eins gegen Eins. Ja, aber an für sich geht es heute um Carol vs. Lydia. Und mir fiel direkt eine Sache ein. Das Video könnte eigentlich schon zu Ende sein. Ich meine, kennt ihr diese TikTok-Edits mit hier den und den Charakter gegen den und den Charakter? Jetzt in dem Fall halt Carol gegen Charakter XY und Carol rauscht da mit ihren Punkten so durch. Kennt ihr das? Ja, das könnte man genauso mit Lydia eigentlich machen. Für mich persönlich. Aber wir gehen da nochmal ein bisschen mehr in die Materie rein. Und deswegen starten wir direkt aber mal mit Disziplin 1. Und das ist die Charakterentwicklung. Ich kann es eigentlich vorwegnehmen. Den Punkt wird wahrscheinlich Carol gewinnen. Denn man muss sagen, Carols Charakterentwicklung, abgesehen davon, dass sie seit Staffel 1 da ist, was halt Lydia nicht ist. Muss man sagen, Carol Pelletier hat es geschafft, von einem kleinen grauen Mäuschen, was von ihrem Mann geschlagen wird, die quasi nichts konnte und vor allem Angst hatte, hat sie es geschafft, zu einer der, neben Maggie, sag ich mal, krassesten, toughesten, brutalsten, heftigsten, bad-ass, motherfucker Frauen in The Walking Dead zu werden. Und da kann mir keiner was anderes sagen. Carol ist so krass. So krass. Und Lydias Charakterentwicklung war so, ich mag eigentlich meine Mom. Ich finde es aber, was meine Mom macht, scheiße. Deswegen gehe ich weg. Und gehe auf die andere Seite und muss mich aber irgendwie noch damit auseinandersetzen, dass meine Mom mich irgendwie töten will. Und ja, am Ende ist sie halt irgendwie ein normales Mädel. Ich fand Lydias Charakter, also sie hatte keine Charakterentwicklung. Also schon so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, ich fand Lydias jetzt nicht so den krassesten Charakter irgendwie. Ich weiß nicht. Man muss sagen, sie hatte halt sehr viele kleine Charakter-Twists, die so immer fein justiert wurden. Aber da kommt sie halt nicht gegen Carol an, muss man sagen. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, es gab auch Charakterentwicklungen bei Carol, die einfach für mich, finde ich, scheiße waren. Das sind so in manchen Staffeln waren das so Punkte, wie Carol zum Beispiel in Staffel 5 oder in Staffel 6 anfing so dieses Hausfrauenleben zu führen. Was ja vollkommen okay ist. Whatever floats your boat, kann sie ja machen, wie sie möchte. Aber dann halt dieses so Arschloch-Sein zu, wie hieß sie, der kleine Sam? Sam? Wie hieß der? Ich glaube, der ist Sam. Zu dem Typen war die so ein übelstes Arschloch. Man muss aber sagen, am Anfang von der sechsten Staffel, wo sie halt in Alexandria ankommen und ihre Waffen abgeben müssen, Carol hat es auf jeden Fall was geschafft. Sie hat geschafft, dass komplett Alexandria denkt. Sie wüsste nicht, wie man mit Waffen umgeht. Sie wüsste nicht, wie man überlebt. Sie wäre die nette Hausfrau, was halt so ein Hintergrund-Twist war, den sie da eingeführt hat. Was halt so schlau war. Aber ich mochte da dieses Charakter nicht. Diese Entwicklung, die da dieses Arschloch sein, um von mir abzudenken irgendwie. Fand ich ein bisschen weird. Gleiches in Staffel 7, wo sie zwischenzeitlich halt einfach mal The Walking Dead quitten wollte, mehr oder weniger. Die wollte einfach, ne, ich hab keinen Bock mehr, ich will keine mehr töten, ich will nichts mehr zutaten, ich möchte jetzt... Gefühlt 70.000 Folgen in meinem kleinen Häuschen sitzen und einfach nur lesen. Ja, gut, wenn sie das will, kein Problem, aber das fand ich so ein bisschen Carol, warum? Aber wenn es dann an das Entscheidende geht, ist Carol natürlich wieder volle Kanne da. Deswegen, Charakterentwicklung hat halt Lydia, ist nicht einfach. Lydia kennen wir zwei Staffeln, Carol kennen wir elf Staffeln. War ja klar, dass das irgendwie hier auf Carols Konto geht. Deswegen 1 zu 0 für Carol. Kommen wir nun zur Disziplin 2, die da wäre ein Mix aus den badassigsten Momenten und irgendwie coolsten Kills. Da ist jetzt die Frage, ich fange mit Lydia an, weil ich muss sagen, es gibt zwei, drei badass Momente von ihr, die ich absolut feiere. Das eine, umso doof es klingt, wäre das mit dem, wo sie davor den Alexandria-Arschloch-Kindern, hast du einen Alexandria-Arschloch schon? Die Würmer isst und einfach damit so zeigt so, yo, wo war es denn, haben die da die Würmer gegessen? Irgendwas hat die da gegessen, was irgendwie eklig war, ich glaube irgendwas, oder hat die was... Ich hab keine Ahnung mehr, es war aber so ein Mittelfinger in der Fresse und das fand ich saucool irgendwie. Es hatte schon was badassiges. Dann gäbe es den Punkt 2, der da wäre, was? Staffel 11 schon? Es war schon Staffel 11, wo die Horde quasi unsere Leute da in diesem Hochhaus-Komplex, Houser-Komplex da umzingelt. Da, wo auch Beta am Ende des Tages den Löffel abgibt. Es ist überhaupt eine epische Szene, wo halt, es ist ja Daryl, Negan, Lydia, Carol geht ja auch raus. Es ging ja, ein sehr großer Teil von den Leuten gehen ja raus und mischen sich ja so Whisperer-mäßig unter die Horde und treiben die dann weg. Und nur dieser Blick von Lydia mit ihrer Maske, die ja schon relativ nah an Alphas-Maske rangehen, wie sie auch Beta quasi komplett aus dem Konzept gebracht hat. Gut, Beta war zu dem Zeitpunkt aber schon komplett am Arsch eigentlich. Aber die, wie sie da hergeht und ich weiß gar nicht mehr, was sie genau flüstert und guckt so über die Schulter zu Beta und das bringt ihn voll aus dem Konzept, was so ein geiler Moment finde ich überhaupt, dass sie da, also dass sie wirklich sich quasi für die ganze Gruppe geopfert hätte, indem sie diese Horde da die Klippe runtergeführt hätte. Das ist halt schon ein krasser Move und man muss halt sagen, die Szene wird halt nochmal cooler durch halt Negans Einsatz. Ich glaube, den Einsatz habe ich jetzt schon in ein paar Videos eingeblendet, aber er ist halt auch einfach nur genial. Ja, natürlich ist jetzt die Sache, Carol hat natürlich auch unendlich Badass-Momente. Ich muss sagen, wie gesagt, Lydia will hier nicht gut wegkommen, glaube ich. Aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt auch zwei Momente von Carol ausdenken müsste, die absolut Badass waren, wird irgendwie schwer. Also ich fand mit einer der, boah, das ist die Frage, das ist so krass, beziehungsweise Badass, das ist die Frage. Ich könnte jetzt natürlich sagen, wie sie, äh, wie hieß sie nochmal, Mika und wie hieß die Schwester nochmal? Ich habe sie absolut verdrängt, weil ich, Lizzie, naja, Lizzie, Gänsehaut. Wie sie halt Lizzie umbringt, war halt schon krass, aber ist halt kein Badass-Moment, finde ich. Da war aber schon diese Befreiung aus Terminus, war halt einfach krass. Überhaupt, dass sie das alleine so gemacht hat, da alleine das Ding in die Luft gejagt, dann da durchgegangen, alle wegrasiert. Die Waffen, die Ricks Uhr einfach mitgenommen, Daryls Armbrust und alles Mögliche, die so da einfach eingepackt. Und ja, hier, ich nehme das jetzt einfach mal mit und marschiere hier raus und es hat halt geklappt. Das war schon so ein sehr, 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 sehr starker, krasser Badass-Carol-Moment. Ich bin gerade am überlegen, das Ding ist, ich glaube, Carol hat fast alle krassen Kampf-Szenen-Momente, sind von ihr schon sehr, sehr stark Badass. Aber wenn ich jetzt noch einen zweiten aufführen müsste, der mir jetzt gerade so spontan einfallen würde, wäre es auch der ganze Kampf gegen die Wolves. Also da hat sie ja komplett Alexandria gecarried. Also das wäre ja easy XP. Also sie ist ja da durchmarschiert wie eine Maschine. Ja, wie gesagt, an für sich, ich bin gerade nicht sicher, aber es kippt es. Also ich hätte jetzt gerade so im Kopf nicht mal so viele heftige Badass-Momente von Carol, die jetzt mir gerade in den Kopf schießen würden. Aber so an für sich wären das jetzt einfach mal die zwei, die ich so auf den Punkt bringe, also die für mich auf den Punkt bringen, wie cool Carol doch eigentlich ist. Aber jetzt ist auch die Sache hier, geschuldet dessen, dass Carol halt schon etwas länger da ist und mehr krasse Momente hat und auch mehr epische Momente, würde ich hier den Punkt wahrscheinlich auch an Carol geben. Obwohl ich, wie gesagt, bei Lydia echt diesen Fakt, dass sie sich für diese Gruppe geopfert hätte in Bezug auf die Horde in die Klippe führen und Carol sie halt gerettet hat, was halt auch wieder ein Badass-Moment von Carol gewesen wäre. Das war so episch und, keine Ahnung, das war schon stark, aber ich gebe den Punkt hier einfach mal an Carol. So, und last but not least, heute mal weniger Clash-Kategorien, wir gehen nämlich direkt ins 1 vs. 1. Wie gesagt, nochmal kurz die Grundlagen erklärt, wir befinden uns auf einer neutralen Ebene, einem, ich sag mal, einer Battle Arena, also einem Battlefield, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, wo diese zwei Charaktere zu ihrer Prime-Zeit stehen, das heißt zu ihrem höchsten Sein in der Serie, also die stärksten Charaktere aus jeder Folge zusammen, wisst ihr, was ich meine? Also das Beste von beiden. Und die zwei kämpfen gegeneinander und ich denke, hier wird es, glaube ich, interessant werden, wenn wir wirklich die 3-Kategorie-Phase machen, das wäre einmal der Nahkampf, beziehungsweise ohne Waffen, dann mit Handwaffen, Machete, Messer, Schwert, was weiß ich, und dann die Schusswaffendisziplin, nenne ich es mal. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal komplett ohne Waffen an und ich, puh, würde einfach mal sagen, und es ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich eine sehr unpopular Opinion, weil es nicht jeder so sehen wird, ich glaube, wenn wir nehmen, dass Lydia quasi mehr oder weniger in diesem Whisperer-Dasein aufgewachsen ist und sich in der freien Natur ohne jegliche Mittel behelfen kann, könnte ich mir gut vorstellen, dass in einem nackten 1 gegen 1 Lydia schon eine Chance gegen Carol hätte. Auch wenn Carol vielleicht gut im Kämpfen ist, was sie auf jeden Fall ist, aber Lydia hätte halt auch, glaube ich, in dem Moment einfach den Überraschungseffekt und ich stelle mir halt so vor, so Lydia streift so Whisperer-mäßig durch die Gegend, so fällt halt gar nicht auf und ja überrascht Carol. Aber Carol hat jetzt auch oft schon bewiesen, dass sie auch verdammt gut sich in der Wildnis auskennt und auch Dinge schon von weiter weg wahrnimmt, was sich halt anders anhört, wie sie sich sonst anhören sollte, was sie halt von Daryl wahrscheinlich beigebracht bekommen hat. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wie gesagt, da Lydia einfach dieses Leben in der Natur hundertprozentiger verkörpern konnte als Carol, gebe ich dem Punkt Lydia, weil ich glaube wirklich, dieser Überraschungsmoment wäre zum 100% auf Lydias Seite. Gehen wir nun in den Messerkampf, sagen wir mal Nahkampf, Waffenkampf. Wie gesagt, Messer, Schwerter, Äxte, Beil, Tomahawk, Stricknadeln von mir aus auch. Ähm, wäre eine ähnliche Situation, wenn Lydia da wieder ihre naturellen Eigenschaften benutzen könnte, indem sie sich anschleicht, versteckt, an Punkten versteckt, darauf achtet, wie sie sich bewegt, hätte sie wieder das Überraschungsmoment und könnte Carol halt wahrscheinlich sehr schnell abstechen. Gehen wir davon aus, es gäbe keinen Wald, wo sie sich verstecken könnte, das heißt wirklich ein 1 gegen 1 Clash, also sie stehen sich gegenüber, laufen aufeinander zu. Da muss man sagen, hat Carol definitiv die Überhand, äh, sie, sie mit ihrem Messer ist übel stark. Aber das wäre auch der Punkt, der so interessant wäre, man sieht sie ja mit Nahkampfwaffen wirklich meistens mit ihrem Messer. Sie hat jetzt selten mal, hat sie mal ein Schwert oder eine Axt oder sowas in der Art in der Hand gehabt, später halt der Bogen, sonst immer ein Gewehr, also gute Frage, ist Carol im Nahkampf wirklich stark? Also ich würde schon sagen, ja, schon, also kampftechnisch schon stärker als Lydia. Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Kampf, also ich denke, das wäre ein sehr langes Hin und Her, weil ich glaube, Lydia mit Messer auch gut ausgebildet wurde, weil halt nun mal die Whisperer keine Schusswaffen benutzen, sondern eher Messer. Deswegen würde es da sehr, sehr hart zur Stadt hingehen, aber am Ende glaube ich, dass Carol da als Siegerin hervorgehen würde, einfach weil sie wirklich diese Kampferfahrung mit auch echten Menschen halt kennt. Lydia kennt es vielleicht ja auch hauptsächlich nur mit Beißern, weil vielleicht gar nicht mal so viel Kontakt zu Menschen hatte vorher. Heißt, hier würde ich den Punkt Carol geben, das würde Stand jetzt bedeuten, ein 1 zu 1 im 1 vs. 1. Und kommen wir nun zum letzten Punkt der ganzen Reihe und zwar dem Schusswaffenkampf, der Schusswaffendisziplin. Und ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen, ja, da wird Carol gewinnen, da wird Carol eiskalt durchrasieren und gewinnen, weil man einfach sagen muss, Carol hat ein absolutes Händchen für Schusswaffen. Wie oft haben wir es schon gesehen, dass sie mit einer Pistole, mit einem Gewehr, mit irgendwas einfach unfassbar viel Schaden angerichtet hat. Einfach genial. Und Lydia wüsste ich jetzt gerade gar nicht, vielleicht mit Bogen oder sowas in der Richtung. Aber auch da ist Carol halt, denke ich, auch schon ein bisschen überlegener. Also da würde Lydia, glaube ich, reinscheißen. Also würde das 1 vs. 1 wie folgt enden, 2 zu 1 für Carol. Was bedeutet, sie bekommt den 1 vs. 1 Punkt, was bedeuten würde, es wäre ein Flawless Victory, ein Sieg, der quasi 3 zu 0 geht für Carol. Man muss, wie gesagt, an der Stelle sagen, es ist schon unfair, dass halt Lydia in dem Fall da ist, weil man sagen muss, sie hatte auch jetzt nicht wirklich viel Zeit, um uns den Charakter wirklich ordentlich aufzubauen. Wie gesagt, Charakterentwicklung war vorhanden, aber halt sehr minimal im Gegensatz zu Carol, der ihr Charakter, der sich quasi um 160 Grad gedreht hat. Also wow. Und auch allgemein halt, sie hatte halt nicht viel Zeit. Carol hatte halt wirklich 11 Staffeln, um uns Material zu liefern. Lydia nicht. War halt jetzt schlecht ausgewählt, aber nichtsdestotrotz hat Carol diesen Kampf hier definitiv gewonnen. Bedeutet, Carol geht in die nächste Runde rein. Ja, jetzt seid aber nochmal ihr gefragt. Wie hättet ihr manche Sachen bewertet? Seht ihr es ähnlich wie ich oder würdet ihr sagen, nee, in der Disziplin hätte ich es anders gesehen? Und allgemein, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare in Bezug zu Lydia und auch Carol. Was ist eure Meinung zu beiden Charakteren? Und ja, wenn ihr das nächste Character Battle nicht verpassen wollt, checkt den Kanal gerne aus und abonniert auch dann. Und schaut euch natürlich auch gerne die vorherigen Character Clays an. Es sind ja schon zwei da. Wie gesagt, im ersten Part wird auch ein bisschen mehr erklärt, wie das Ganze zustatten kam und und und. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut, wenn euch The Walking Dead im Allgemeinen interessiert, seid ihr hier auch richtig. Momentan gibt es sehr viel The Walking Dead, aber auch Filmserien und auch manchmal, aber momentan eher selten, Game Stuff gibt es hier auf diesem Kanal zu sehen. Reviews, Easter Eggs, Fakten und Theorien sind hier auf jeden Fall stark vertreten. Und wenn euch das interessiert, checkt doch gerne den Kanal aus, lasst auch ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ja, und ohne das Video jetzt hier länger zu strecken, würde ich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich wieder auf derselben alten Couch wie immer. Und ich würde sagen, ich bin bis dahin raus. Ciao.